Das Hotel Coast Vancouver Airport liegt in Vancouver in Britisch-Kolumbia. Das Hotel Coast Vancouver Airport ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel. Weiter, 8 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,6 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur 8 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,4 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Service. 5,2 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,1 von 6 Sonnen. Zimmer. Mit 5 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 2,5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020